In den Branchen Chemie, Petrochemie und in der Öl- und Gasindustrie ist die Erfassung von Trennschichten eine häufige Messaufgabe. In diesen Anwendungen haben sich die kapazitive Messtechnik sowie das moderne Messprinzip der geführten Mikrowelle bewährt. Die geführte Radartechnologie basiert auf Mikrowellenimpulsen, die entlang einer Sonne geführt und teilweise von der Produktoberfläche bzw. an der Trennschicht zur unteren Phase reflektiert werden. Mit dieser Technologie kann bei klaren Trennschichtlagen sowohl der Gesamtfüllstand als auch die Trennschicht bestimmt werden. Häufig bildet sich zwischen den beiden Medien eine Emulsionsschicht, sodass es zu Verfälschungen der Messwerte bis hin zu kompletten Signalverlusten bei der Trennschichterkennung kommen kann. Das heißt, die Interpretation des Trennschichtssignals fällt mit dem Gesamtfüllstandssignal zusammen. Damit wird die Trennschichtlage unter Emulsionsbedingungen nicht sicher detektiert und die optimale Prozessführung ist nicht mehr gewährleistet. Bei der kapazitiven Messung bilden die Sonde und der Tank einen Kondensator. Aufgrund der unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten der beiden Medien ist die gemessene Kapazitätsänderung durch das obere Medium dem Öl wesentlich kleiner als die Kapazitätsänderung durch das untere Medium dem Wasser. Das obere Medium hat somit nur einen geringen Anteil an der gemessenen Gesamtkapazität. Die Gesamtkapazität wird daher als Trennschicht interpretiert. Der Vorteil der kapazitiven Messung besteht darin, dass das Messsignal nicht durch die Bildung von Emulsionen beeinflusst wird. Allerdings lässt sich mit der kapazitiven Messtechnik immer nur die Trennschichtlage ermitteln. Der Gesamtfüllstandswert kann nicht ausgegeben werden. Stellt man die traditionellen Verfahren zur Trennschichtmessung gegenüber, erkennt man, dass bei klarer Trennschicht das geführte Radarverfahren zuverlässige Werte für Füllstand und Trennschicht liefert. Bildet sich jedoch Emulsion, lässt sich lediglich der Gesamtfüllstand messen. Das kapazitive Messverfahren dagegen misst zu jedem Zeitpunkt zuverlässig die Trennschicht, liefert aber keinen Gesamtfüllstand. Endres und Hauser hat in einem einzigartigen Multiparametersensor die geführte Radarmesstechnik und die kapazitive Technologie kombiniert. Durch diese Innovation, die sich kurz als Sensorfusion beschreiben lässt, garantiert der neue Levelflex FMP55 die gleichzeitige sichere Messung von Gesamtfüllstand und Trennschichtlage auch bei Emulsion. Der Levelflex FMP55 Multiparameter, der neue Maßstab in der Trennschichtmessung, verfügbar in der Ausführung als koaxiales System sowie als beschichtete Stab- oder Seilsonde zur gleichzeitigen Messung des Radar- und des kapazitiven Signals. Bei der traditionellen Trennschichtmessung mit geführtem Radar fällt bei Emulsionsbildung das Trennschichtssignal mit dem Gesamtfüllstandssignal zusammen. Dadurch ist keine sichere Messung mehr möglich. Nur der Levelflex FMP55 Multiparameter garantiert durch die Kombination der geführten Radar- und kapazitiven Technologie ein redundantes Messsystem, das auch bei Emulsion die sichere Ermittlung der Trennschichtlage und des Gesamtfüllstandes garantiert. Sensor Fusion – sichere, präzise und effiziente Messung bei Emulsionsbildung dank Levelflex FMP55 Multiparameter. Füllstandmessung von Endres und Hauser – mehr als nur ein Messwert.